Servus Leute, was geht? Kommt bei einem neuen Video? Ja, ich weiß, das ist heute mein Video, ich kann kein Deutsch. Auf jeden Fall, Freunde, Alex hat mich geprankt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, Schaut euch das Video mal an, ist einmal unten in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall hat er mich geprankt, er hat mich nass gemacht, wow. Regel Nummer 1, schlaft niemals bei irgendeinem YouTuber oder sonst irgendwas, ey. Oh Mann, ey. Auf jeden Fall, Bro, wenn du das Video siehst, Rache ist süß. Leute, er ist gerade beim Arzt wegen seiner Wunde, die er hier hat. Er muss einen neuen Pflaster irgendwie da drauf machen. Ich hab zu Alex gesagt, ey, Digger, ich bleibe hier, geht alleine. Ich will noch ein paar Videos anschauen. Juhu. Und Leute, Alex schneidet gerade sein Video, was heute um 18 Uhr online kommen soll. Ich bin noch zu Arzt, viele wissen es ja von euch, ich wurde offen. Auf jeden Fall, Leute, hab ich mir erst mal gedacht, ich lösche einfach das komplette Video. Aber das wäre ein bisschen zu fies. Und dann hab ich mir gedacht, ey, komm, weißt du was, besorgst du irgendwie Unruh? Und sobald Alex gleich wieder kommt, diese Maus hier voll schmieren und sagen, ey, oh mein Gott, schaut ihr mal das neue Video von dir an. Ich hab das gelöscht. Ich würde wahrscheinlich diesen hier machen. Ich hoffe, das Ganze wird klappen und ich hoffe, dass ich das Ganze auch nicht zu früh drauf mache. Am Ende kommt er rein und macht auf und das Ganze ist schon getrocknet. Ja, das heißt, ich gehe erst mal zu Alex, seinem Bruder und frage ihn, ob die Kleber haben. Ja, Leute, jetzt hab ich gerade von Alex, seinem Bruder Sekundenkleber bekommen. Jetzt muss ich noch Ausschau halten, wann und wo da Alex kommt, ob ich das Ganze rechtzeitig mache. Und Bro, ich würde sagen, Rache ist süß. Neeeee. Oh shit, na, da, 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 da. Jetzt muss ich jetzt was bei mir. Ach, ich füchte dick ins Blütenkopf. Jetzt füchte ich die Kamera noch zu, wenn sie nicht ist los. Zuglau. Ich hab da ein Video gelöscht. Ich hab da ein Video gelöscht, was du schneiden wolltest, was du heute? Oh, Spaß, guck dich, dass ich komplett wieder... Ich hab die komplette Daten gelöscht. Jetzt komm, ich muss das doch... Welche von Alex sieht er denn? Boah, boah, wie das riecht. Wie das die Geile. Was ist los, dicker? Was geht, dicker? Ey, der Ton, über 100 Euro kostet die Maus. Wie, oh, Haraldsopp. Was ist das? Das ist Sekundenkleber, dicker. Weißt du, was noch geil ist, Bro? Ich würd sagen... Voll schlecht, Alter. Meinst du heute Morgen wenigstens kreativ? Ja, das doch auch, Junge. Ich muss die ganze Zeit vorm Fenster stehen und hoffen, wann du kommst. Ah! Junge, zieh mal bitte an der Maus. Scheiße, guck mal. Junge, ich muss noch ein Video schneiden. Hast du eine andere Maus für mich jetzt? Die hast du auch, dass ich die scheiße Maus dabei hab. Soll ich hier mitschneiden, oder was? Zieh mal jetzt bitte an. Hier hilft ein Arm so. Junge, jetzt zieh doch einfach dran. Die hat sich selber niemals. Vergiss es. Hab ich auch gesagt, ey Alex, komm, film mir mal die Haare. Spaß hier, ey. Voll schlecht, Mann. Woher hast du überhaupt den Kleber? Von den Brows? Jo, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare rein, Freunde. Revanche. Das war wirklich schlecht. Halt dein Maus. Ich hab noch nie so was Schlechtes gesehen. Jetzt bitte ziehen wir dran, ehrlich. Dass wir langsam wahr haben, ehrlich. Geil, geil. Auf jeden Fall, Leute, Rache ist süß. Digga, warum fängst du auch wieder an damit? Guck mal, ey, provoziert immer Beef. Guckt auf jeden Fall meinen Prank von heute Morgen, nur wir wollten drei vernünftige, wirklich vernünftige, gib mal die Kamera, gib mal her. Ja, warte, drei vernünftige Videos und werden wieder Scheiße gebaut? Leute, er hier, wir haben jetzt 15.48 Uhr, er wollte jetzt eigentlich los. Wir hatten von, wir wollten drei, also für jeden Channel, also insgesamt sechs Videos drehen, wollten heute Morgen wirklich um 7 Uhr aufstehen, damit wir noch mit so einem geilen Auto so ein Video drehen können. Hat nicht geklappt, wir waren beide müde. Okay, dann schläft er bis halb eins oder so, ich war um Punkt, um Punkt, um Punkt halb... Affe, Alter. Guck mal, meine Hand, guck mal. Guck mal, Leute, hier ist das nicht ganz so fest. Es wären eigentlich drei richtig geile Videos auf euch zugekommen, aber nein, der muss schlafen. Juh, du hast mich ganz normal aufhecken können. Ah, Junge, warum sch... Sei froh, dass ich... Guck mal, die Kamera, ey. Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. Sei mir mal dankbar, Junge, ey, die Maus ist ab. Wow. Warte, kann man das sehen? Guck mal. Guck mal, guck mal. Ey, sei mir mal dankbar, jetzt ist das weg. Die Maus ist da hängen geblieben, Leute. Guck mal, ey, guck mal, guck mal. Guck mal, da hängen geblieben, oder? Guck mal, der Stuhl. Leute, die Maus ist einfach da hängen geblieben, dadurch ist das einfach abgegangen. Ey, sei mir mal dankbar, Digga. Halt's Maul, das war richtig schlecht. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video wieder. Macht's gut und haut rein. Wischsch. Wischsch. Wischsch.